Der FC Mecklenburg-Schwerin gibt Gas und stellt die Weichen für die Zukunft. Neu im Boot sind der ehemalige Hansa-Mittelfeldspieler Jens Dove und Hansas Kultkeeper Martin Piekenhagen. Die beiden ergänzen die Führungscrew in den Bereichen Scouting und Sport. Die Zusammenarbeit ist zunächst bis zum Ende der Saison befristet. Danach wird man sich zusammensetzen und schauen, wie das nächste Ziel, Aufstieg in die Oberliga, erreicht werden kann. Auch eine sportliche Verstärkung wurde beim Pressefrühstück im Schweriner Bolero verkündet. Mit sofortiger Wirkung wechselt Stürmer Ronny Rieling vom MSV Pampo zum FC Mecklenburg-Schwerin.